Hallo, die Natur ist voller Wunder. Hier haben wir wunderschönes Medesüß. Da haben wir auch schon mal ein tolles Porträt gemacht und hier ein Perlpilz. Und was es jetzt sonst noch so an Pflanzen gibt und an Pilzen, das könnt ihr in diesem Video hier sehen, was jetzt gerade so im Juli los ist. Das Video ist ein Zusammenschnitt übrigens aus zwei Tagen. Wir waren gestern schon einmal unterwegs, da haben wir eher nur Pflanzen ein paar gefunden und gezeigt und heute noch mal richtig viele Pilze. Also viel Spaß. Den Anfang machen wir hier heute auf so einer Waldlichtung am Wegesrand. Denn Waldlichtungen sind oft sehr spannend, was da so wächst. Da kann man immer viele schöne Sachen entdecken. Und hier haben wir was richtig schönes entdeckt. Nämlich diese Pflanze hier, die jetzt sehr auffällig hier in so einem rosaton blüht. Und es handelt sich hier um das 1000-Gülden-Kraut. Das ist eine Pflanze mit einer sehr langen Geschichte als Heilpflanze, die wirklich ja, sich großer Beliebtheit mal erfreut hat. Das ist auch verwandt mit dem Enzian zum Beispiel, was ja auch eine traditionelle Pflanze ist mit einer sehr großen und langen Geschichte. Und ja, dieses 1000-Gülden-Kraut, das finden wir eben vor allen Dingen auf so Waldlichtungen. Aber eins sei schon mal vorweg gesagt, es ist geschützt, steht unter Naturschutz, weil es leider sehr selten geworden ist. Das sei auf jeden Fall dazu gesagt, sammeln sollte man die Pflanze nicht mehr. Man kann sie vielleicht versuchen anzubauen, aber sammeln sollte man es nicht mehr. Ja, es ist eine Pflanze, die eben so berühmt geworden ist, wegen ihrer Bitterstoffe vor allen Dingen. Ja, es ist sehr sehr bitter, die Pflanze. Und das regt natürlich sehr die Verdauungssäfte an und die ganze Verdauung. Und war eben eine der Top-Adressen sozusagen, zu der man gegangen ist, wenn man irgendwie eine verdauungsfördernde Wirkung gesucht hat. Ja, da war sie eben sehr beliebt, zum Beispiel für Tees und all solche Sachen. Der Name verrät es auch so ein bisschen, 1000-Gülden-Kraut. Ja, das heißt, kommt so ein bisschen daher, dass es 1000-Gülden wert ist. Also man hat die Pflanze eben wirklich sehr geschätzt. Aber wie gesagt, leider ist sie sehr selten geworden. Dann haben wir aber dafür hier was direkt daneben stehen, was wir auch jetzt ganz typisch in so Waldlichtungen und an Waldwegen finden können. Und was wiederum nicht selten ist, eine Pflanze, die man gut sammeln kann. Wir haben nämlich die kleine Braunelle, oder auch gemeine Braunelle genannt. Ist eine ganz hübsche Pflanze, die so in lila blüht. Ja, die hat so oben eben so ganz auffällige Blütenstände. Ja, auch mit so lila und weinroten Tönen, wie aus so einem kleinen Köpfchen so rauskommen. Und dann haben wir so einen Stiel, der auch so leicht rötliche Verfärbungen aufzeigt. Ja, einen kantigen Stiel. Und ja, so ein bisschen eiförmige Blätter, die so spitz zulaufend sind. Und die Braunelle ist ja auch eine ganz tolle Pflanze. Ist auch eine der, in Anführungsstrichen, wenigen Pflanzen, die man jetzt so im Hochsommer ganz gut sammeln kann, noch so für Salate und so. Denn ja, viele der Wildpflanzen, die sind ja jetzt auch schon oft durch. Ja, auch so essbare Baumblätter und all sowas. Das ist ja jetzt meistens alles schon zu hart und so ein bisschen holzig und so. Aber die Braunelle, die hat richtig gute Blätter, richtig leckere Blätter, die man jetzt gut sammeln kann, eben für Salate. Aber auch eine traditionelle Heilpflanze ist es. Hat so ein bisschen ihren Durchbruch gefeiert damals, als die Diphtherie groß im Kommen war, in Anführungsstrichen. Da war es so, da hat man die eben benutzt gegen die Diphtherie. Und die wurde auch als die Bräune bezeichnet, wenn man da so braune Verfärbungen im Rachen hatte. Und ja, die Bräune, Braunelle. Daher kommt der Name bei der wiederum, weil man sie eben gegen die Bräune, die Diphtherie, eingesetzt hat. Aber man hat sie auch sonst, also die traditionellen Anwendungen sind da sehr umfangreich gegen alle möglichen Atemwegserkrankungen. Auch bei Verdauungsbeschwerden, Bluthochdruck, auch so zum Beispiel bei Wechseljahresbeschwerden. Also da haben wir eine ganze große Reihe an Anwendungen. Das enthält auch ätherische Öle, auch ein paar Vitamine, Vitamin A zum Beispiel. Und alles mögliche enthält einen ganzen dicken Cocktail voller Wirkstoffe. Ist auch sehr beliebt, zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin wiederum. Ja, da ist sie auch in vielen Kräuterteemischungen drin, so relativ häufig. Also ist da eine so der häufigsten Pflanzen, die man da auch so oft finden kann. Und ja, schmeckt wunderbar, ganz mild. Ist auch nicht so stark bitter oder sowas. Echt eine leckere Pflanze, die man jetzt gut sammeln kann. Also einwandfrei. Und ja, wird auch so ein bisschen erforscht mittlerweile. Natürlich wie immer eher nur so mit in vitro Studien und Tierversuchen. Deutet so ein bisschen darauf hin, dass es da eventuell eine antivirale Wirkung geben könnte gegen verschiedene Viren. Aber auch eine entzündungshemmende Wirkung. Also sieht auch so ganz vielversprechend aus, so was so bei der Forschung herauskommt. Und hier wäre dann auch der erste Pilz für heute. Hier haben wir wieder einen schönen Frauentäubling gefunden. Ja, der war ein bisschen schwieriger heute hier zu finden, als jetzt manche, die wir dieses Jahr schon so gefunden haben. Denn ja, man sieht es hier an der Oberfläche. Der ist hier nicht so farbenfroh, wie sie sonst manchmal auch schon eher sind. Sondern der ist tatsächlich eher grau. Hier fast schon schwarz mittig. Und ja, hier auf der Erde, gerade wenn die so ein bisschen nass ist oder so feucht, dann hat die fast die gleiche Farbe. Also der war schon geschickt getarnt. Und ja, sonst haben wir die ganz typischen Merkmale natürlich hier für einen Täubling mit dem Sprödblättlerstiel. Das kennt ihr ja schon, dass es hier so erbröselt und keine Fäden zieht. Und natürlich hier die Situation, dass die Lamellen nicht splittern. Was ja eigentlich bei Täublingen sonst ganz typisch ist und beim Frauentäubling eben so eine Ausnahme ist. Und hier haben wir es eben ganz deutlich, dass sie nicht splittern, sondern eher so wachsartig nachgeben. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und ja, der ist natürlich hier aus dem Bilderbuch. Also so der perfekte Frauentäubling. Richtig schön frisch geschossen. Und sowas landet natürlich im Korb. Na, was macht der denn da? Ist der da etwa einfach so? Bären im Wald? Liebe Kinder, wenn ihr das gerade zu Hause an den Geräten seht, dann solltet ihr euch merken, dass ihr das auf keinen Fall nachmachen solltet, was der da tut. Hier haben wir es mit einer Pflanze zu tun, von der viele richtigerweise denken, dass sie giftig ist. Denn sie ist auch giftig. Aber die Frage ist natürlich immer, bis zu welchem Grad ist sie giftig? Und da sieht es schon so ein bisschen anders aus. Hier haben wir die Mahonie. Und das ist eine Pflanze, die aus Nordamerika eigentlich kommt und Neophyt ist. Und ja, die wird vor allen Dingen in Parks angepflanzt, ganz gerne. Und in Gärten und sowas. Und so auf Höfen, hinter Häusern und all sowas. Mehr so im städtischen Raum. Daher kennt man die eigentlich relativ oft. Aber wie man sehen kann, kann man die mittlerweile auch mitten im Wald finden. Die breitet sich nämlich auch durchaus ein bisschen aus. Zu einem gewissen Grad zumindest. Und ja, die Pflanze ist auch so verwandt mit Berberitzen so ein bisschen. Aber wie gesagt eben auch giftig. Vor allen Dingen aber giftig in den Wurzeln und auch in der Rinde. Denn die Pflanze enthält Berberin und damit muss man natürlich vorsichtig sein. Die Beeren enthalten auch Berberin, aber nur 0,5 Prozent. Also relativ wenig. Ja, relativ. Und man kann da natürlich auch auf eigene Gefahr hin durchaus so ein paar Beeren davon roh essen. Also die enthalten ja auch viele Vitamine und so. Ist jetzt nicht nur, dass da dieses Berberin drin ist, sondern auch viele schöne Sachen. Aber wie gesagt natürlich auf eigene Gefahr. Denn ab einem gewissen Grad können die dann auch Durchfall auslösen. Aber was damit auch machbar ist, ist es z.B. Marmeladen daraus zu kochen oder Gelees oder Säfte. Ja, auch Säfte daraus zu machen, die aber erhitzt werden sollten. Also das ist dabei ganz wichtig, damit man die Verträglichkeit dann noch mehr erhöht. Ja, das dann gut zu erhitzen. Und dann möglichst auch die Kerne, die da drin sind, dann eher abfiltern. Also wenn man jetzt so ein paar Roh isst, ja auf eigene Gefahr hin, wie gesagt, dann kann man die vielleicht auch mit runter schlucken und so. Ist jetzt nicht so das Problem. Aber wenn man dann wirklich so eine Marmelade daraus essen will, dann sollten die besser rausgemacht werden. Ja, die Pflanze ist auch ein ganz traditionelles Heilmittel. In Nordamerika wird sie z.B. gegen Verdauungsbeschwerden auch eingesetzt und so. Also so dort bei den Natives in Nordamerika war das schon immer eine beliebte Pflanze auch als Heilpflanze. Ja, so wie wir hier eben auch viele Sachen haben. Also definitiv eine ganz interessante Pflanze, weil man ja eben doch so denkt, ja auf gar keinen Fall sollte man die essen, weil das ist ja definitiv eine Giftpflanze. Stimmt nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn ihr diese Pflanze hier mal findet oder auch im Garten habt, dann könnt ihr euch echt glücklich schätzen. Denn diese Pflanze hier enthält richtig viel gutes Eiweiß und extrem viel Eisen, auch Magnesium, Calcium und alle möglichen anderen Mineralstoffe. Also auch im Vergleich zu vielen anderen Wildpflanzen, die wir hier finden, ist das hier eins der mineralstoffreichsten Wildpflanzen, die wir hier so finden können. Plus es ist eigentlich eine Pflanze, die recht unbeliebt ist. Was kann man da besseres tun, als die einfache aufzuessen? Also die kommt eigentlich aus Südamerika. Wir haben was nämlich mit dem Franzosenkraut zu tun. Sie kam aus Südamerika hierher und hat sich jedoch stellenweise ganz gut ausgebreitet. Die mag gerne Wegesränder, sie mag gerne nährstoffreiche Standorte, wo viel Stickstoff ist und sowas gibt es ja eigentlich auch leider. Aber solche Standorte gibt es ja wirklich sehr, sehr viele überall. Hier jetzt zum Beispiel auch mitten im Wald, in dem Fall am Wegesrand haben wir das gefunden und hier wächst richtig viel. Und es ist eines dieser Wildpflanzen, die jetzt eben auch erst ein bisschen später im Jahr erst kommen, sprich jetzt im Sommer und dann bis in den Spätsommer und vielleicht sogar Herbst rein teilweise. Also da, wo jetzt eben wie gesagt viele andere Wildpflanzen schon eher wieder weg sind, sowas wie die, was weiß ich zum Beispiel, die Taubnässe oder andere. Und da ist sowas natürlich toll, wenn jetzt wieder noch was Neues nachkommt, Nachschub, ein neues Chlorophyll. Und eine tolle Salatpflanze, auch gut für Pestos verwendbar, also sehr mild im Geschmack, sehr angenehm. Und man findet davon teilweise richtig viel, also so wie ihr. Und da kann man echt nicht viel mit falsch machen. Also eine richtig tolle Pflanze eigentlich, das Franzosenkraut, nur eine Empfehlung. Wunder, wunderschöne Lungenseitlinge haben wir hier gefunden. Dieses Jahr haben wir echt großes Glück mit den Lungenseitlingen. Das waren in den letzten Jahren meistens nicht so, Austernseitlinge schon, aber dieses Jahr finden wir irgendwie ständig Lungenseitlinge. Das hört gar nicht mehr auf, die verfolgen uns richtig. Aber das ist natürlich auch ein sehr willkommener Verfolger dieser Pilze, denn es ist ja wirklich kulinarisch ein ganz hervorragender Pilz. Sehr sehr lecker, sehr reichhaltig natürlich auch. Ja, hier haben wir so eine Situation, man muss hier auch mal über Leichen gehen können durchaus, weil, wie man sieht, das ist hier halt eine Mischung. Hier haben wir Pilze in allen Altersstadien. Ja, es ist hier halt auch ein halber Friedhof, aber auch eine halbe Geburtsstation und alles dazwischen. Wir haben wirklich viele Stadien hier von dem Pilz und das ist ganz oft eigentlich so bei dem Lungenseitling, dass man das so vorfindet. Und ja, falls man irgendwie so ein paar Verrottete sieht an einem Baumstamm, sollte man sich da auf jeden Fall nicht abschrecken lassen und erst mal noch mal genauer gucken, weil oft an anderen Stellen dann wieder junge Exemplare nachkommen. Ja, ein hoch spannender Pilz wie auch der Austernseitling. Auch der hier wird auch wissenschaftlich viel untersucht. Ja, so in Richtung auch tatsächlich zum Beispiel, ob er eine blutdrucksenkende Wirkung haben kann. Das Mycel, also da ist ein Protein drin, was eventuell als ACE-Hämmer fungieren könnte. Und ja, dann haben wir auch antivirale Wirkungen, die sich da teilweise zeigen. Antidiabetische Wirkungen, immunmodulierende, ja sowieso auch. Das haben wir ja bei ganz vielen Pilzen. Das heißt, dass sie das Immunsystem eben modulieren und so ein bisschen anpassen, je nachdem, ob es halt mehr gebraucht wird oder weniger. Ja, das heißt halt nicht, dass sie das unterdrücken oder permanent stimulieren, sondern halt genau so das modulieren, je nach Bedarf. Also ja, ein ganz toller Pilz. Sollte man natürlich nicht verwechseln mit dem ohrförmigen Seitling, der eher weiß noch, noch weißer ist und eben gern auf Nadelholz wächst, der ja als Giftpilz gilt, was auch teilweise umstritten ist, aber er ist potenziell tödlich giftig. Also so ist zumindest immer noch eigentlich so die gängige Aussage über den, auch wenn es ein bisschen umstritten ist. Ja, also hier eben dieser wunderbare Lungenseitling, Pleurotus pulmonarius, da kann ich nur empfehlen mal nachzuschlagen. Da gibt es wirklich viele spannende Studien auch zu schon. Und ja, hier haben wir auch mal wieder so ein Beispiel, mit dem man das gar nicht genug deutlich machen kann, auch wie wichtig es ist, dass in den Wäldern Totholz liegt. Ja, das ist hier halt eine alte Rotbuche, die ist hier einfach mal umgestürzt. Ja, eine Leiche eben auch irgendwie, die weiß ich, der Sturm hat sich halt umgeknickt oder einen Blitz eingeschlagen, was auch immer. Und es ist halt dermaßen wichtig, dass sowas halt auch mal im Wald liegen bleiben kann. Denn wie man sehen kann, da wird halt eine super Nahrungsquelle für uns Menschen draus. Ja, also zumindest potenziell. Also so wie in dem Fall, hier kann man über Wochen hinweg kiloweise von den Lungenseitlingen ernten, an dem Exemplar. Und im Winter kann man dann vielleicht am gleichen Baum Austernseitlinge ernten, auch wieder Kilos. Also so über die Zeit verteilt. Und das ist natürlich der Hammer, dass es so eine tolle Nahrungsquelle im Wald entstehen kann aus einem umgekippten Baum. Aber das ist ja jetzt nur ganz egoistisch, so anthropozentristisch gesagt. Denn man könnte es ja auch nur ausweiten, wenn man sieht, was für ein toller Lebensraum so ein Baum ist, für Insekten und ja, alle möglichen Tiere auch. Also das ist wirklich Gold wert, so ein umgestürzter Baum, wenn der im Wald liegen bleiben darf und einfach liegen bleiben kann. Das ist wirklich für alle Lebewesen des Waldes, mit uns Menschen eingeschlossen, der Hammer. Also Totholz sollte es auf jeden Fall viel, viel mehr geben. Dann gibt es auch sowas hier, viel, viel mehr. Kennen Sie das? Sie laufen durch den Wald, Ihr Blick ist zu Boden gesenkt und Sie starren den Waldboden an. Und plötzlich fällt es Ihnen wie Sporen von den Augen. Alles voller Pilze. Mit Cantarellos 3000 wird das jetzt wieder möglich sein. Hier haben wir wunderschöne Pfifferlinge gefunden. Ein eindeutiger Indikator auch jetzt für so einen schönen gesunden Wald hier auch mittlerweile. Das ist erstmal auch eine ganz gute Information, oft die man von denen kriegt, wenn man die sieht. Denn das heißt der Wald, der ist schön nährstoffarm. Da fühlen sich die Mykorrhiza-Pilze besonders wohl. Hier wächst weit und breit keine Brennnessel oder irgendwas in der Richtung, was natürlich auch tolle Pflanzen sind alles. Die Brennnessellen, die Knoblauchsraugen, die Himbeeren, die Brombeeren. Aber sind alle nicht so sonderlich hilfreich, wenn wir jetzt Pfifferlinge finden wollen. Weil die sagen uns halt, dass die Stickstoffeinträge doch eher hoch sind. Und die sind ja leider des Öfteren mittlerweile sehr hoch und so richtig schöne nährstoffarme Böden werden ja leider immer seltener. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser tolle Pilz hier immer seltener wird. Ja, er steht auch in der Bundesartenschutzverordnung. Im Übrigen, das heißt also, man darf ihn nur in kleineren Mengen für den Eigenbedarf sammeln. Und ja, wer den kommerziell sammelt, der wird von den Pilzen wahrscheinlich früher oder später mal fies bestraft werden. Also sollte man auf jeden Fall nicht tun, sondern wirklich nur für den Eigenbedarf sammeln und auch vielleicht ein paar zurücklassen. Wenn man das auch möchte, ist nämlich auch ganz nett. Dann können wir noch ein paar weiter aussporen und dafür sorgen, dass es im nächsten Jahr vielleicht noch mehr dann an der Stelle gibt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, aber an und für sich natürlich ein ganz ganz toller Pilz, der Pfifferling. Er hat auch ganz interessante Nährwerte. Karotinoide zum Beispiel, was man bei Pilzen ja auch nicht unbedingt immer hat. Auch Eisen ist da drin zum Beispiel. Aber sogar auch Vitamin B12. Das sagt man ja, findet man ja bei so vielen pflanzlichen Lebensmitteln eigentlich gar nicht. Aber bei den Pfifferlingen gibt es doch signifikante Mengen, laut Untersuchungen zumindest, von Vitamin B12. Das reicht jetzt zwar nicht unbedingt, um den Tagesbedarf komplett zu decken, aber immerhin ist ja ganz interessant, dass der sowas auch kann. Also ja, was ganz ganz schönes dieser Pilz, den man jetzt finden kann. Wir haben jetzt hier so ein paar Exemplare gefunden. Die sind so ein bisschen tricky. Die sind so ein bisschen getrocknet teilweise, haben am Rand manchmal so leichte Trockenschäden. Ist aber noch in Ordnung. Aber da sind sie dann so ein bisschen verfärbt und es geht fast ins Orange rein. Und das ist natürlich immer so ein Zeichen, worauf sich viele verlassen. Wenn es zu orange ist, könnten es auch falsche Pfifferlinge sein. Also nur auf die Farbe sollte man sich da nicht verlassen, sondern auch den Unterschied von Leisten und Lamellen auf jeden Fall gut überprüfen. Und wir haben es hier natürlich auch viel dickfleischigere Exemplare als jetzt bei den falschen Pfifferlingen. Die wuchsen hier auch definitiv kamen sie aus der Erde, wie das bei Mykorrhiza-Pilzen so üblich ist. Die wuchsen jetzt hier nicht auf Totholz oder sowas. Und sie sind einfach sehr sehr festfleischig. Der falsche Pfifferling ist ja auch ein bisschen eher zäher und so ein bisschen nachgiebiger. Also da muss man natürlich auf der Obacht sein, dass man da die Unterschiede ganz gut kennt und weil gerade so wie hier die Farben hier, die sind schon eher ein bisschen orange in dem Fall. Ganz tolle Exemplare haben wir hier aber gefunden. Richtig schön festfleischig, ein paar richtig dicke Dinger sind da mit dabei. Also ganz ganz toll und ganz ganz schön. Was natürlich auch ein Ding ist, wo man darauf achten muss, ist jetzt nur auf die sauren Böden. Dass man die eher an sauren Standorten findet, da wo wir jetzt irgendwie im Frühjahr jedes Leberblümchen dreimal umgedreht haben und geguckt haben, ob sich da nicht doch irgendwo eine Morchel drunter versteckt. Solche Standorte sind gänzlich ungeeignet wiederum für die Pfifferlinge. Ja da muss man jetzt die Segel setzen und in andere Wälder segeln definitiv. Denn die hier mögen es richtig schön sauer eigentlich am liebsten. Hier haben wir jetzt auch einen ganz typischen Pilz für den Sommer. Also vor allen Dingen natürlich für so einen Sommer wie diesen, wo es auch ausreichend regnet. Nämlich den rotbraunen Scheidenstreifling. Auch bekannt als Amanita vulva. Ja der heißt so, weil er eben hier aus so einer großen vulva, so sackartig ist die rauswächst. Und ist ein Pilz, den man, wenn man ihn bestimmen kann, auch essen kann. Ja man muss ihn aber gut erhitzen. Denn das ist auch ähnlich wie bei Perlpilzen zum Beispiel. Ja die muss man ja auch sehr gut erhitzen. Also roh ist er auf jeden Fall nicht so. Wir haben hier halt ganz typisch eben diese große sackartige Ausstülpung unten. Ja die kann auch so ein bisschen rostbraun an manchen Stellen sein. Hat so rostbraune Flecken. Ja das ist auch ein ganz typisches Merkmal jetzt speziell bei dem rotbraunen Scheidenstreifling. Es gibt ja auch noch viele andere Scheidenstreiflinge, die auch durchaus essbar sind. Ja und die unterscheiden sich eben auch oft gerade unten hier an dieser Volvo. Ja da ist oft der Unterschied und bei dem ist es eben hier dieses ganz typische, dass der so rostbraune Flecken hat. Auch unter anderem. Ja und dann der Hutrand ist auch gerieft. Ja auch ein typisches Merkmal. Aber es ist definitiv kein anfängerfreundlicher Pilz. Absolut nicht. Ja das haben wir oft bei den Pilzen, die Amanitas sind. Ja da gibt es ja auch viele giftige, tödlich giftige auch. Zum Beispiel auch der Pantherpilz. Ja der unterscheidet sich natürlich schon zu dem hier. Aber auch der hat natürlich so einen gerieften Hutrand und ist so bräunlich. Ja und hat auch bei weitem nicht jetzt so eine ausgeprägte Volvo wie der hier. Aber ja also da muss man sich schon gut auskennen. Der hat dann wiederum dieses Bergsteigersöckchen. Aber wie gesagt, die Unterschiede sind jetzt nur für ein unerfahrenes Auge eher noch gering und für ein erfahrenes Auge dann doch eher offensichtlich. Also da unterscheidet sich. Aber man kann diesen Pilz jetzt gut finden. Ja ganz gerne auch so in Laubwäldern, an feuchteren Standorten. Also dieser Tage haben wir den jetzt schon öfter mal gesehen und jetzt hat das ja auch mal ins Video geschafft. Ja ist jetzt auch nicht so der überragende Speisepilz, der jetzt super aromatisch ist, aber der lässt sich schon ganz gut mixen. Wenn man jetzt ein paar Sommersteinpilze auch hat und Pfifferlinge und solche Späße alles, da passt der auch ganz gut mit dazu rein. Ja also ein ganz feiner Pilz, aber man sollte sich wirklich die Merkmale sehr gut anschauen, dass man den dann gut bestimmen kann. Und auch bei dem ganz wichtig natürlich den Pilz komplett auszugraben. Also das ist mal wieder so ein exemplarisches Beispiel dafür, dass es eben in vielen Fällen sehr wichtig ist, die Pilze nicht einfach abzuschneiden. Weil das wäre bei dem würde eins der wichtigsten Merkmale hier unten eben, ja dieser große Sack, der wäre dann einfach weg. Und das ist natürlich fatal, wenn man den richtig bestimmen will. So Leute, es gibt schlechte Nachrichten. Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Die Gallenröhrlänge sind wieder da. Hier sind sie. Und hier daneben haben wir direkt ein paar schöne Steinpilze gefunden. Und ja, die Gefahr ist groß, gerade wenn man jetzt auf so einer kleinen Wanderung das Gehirn mal ein bisschen abschaltet vom Alltag und das zu sehr abschaltet. Und dann denkt, ah Steinpilze. Tja, dann kann man sich schnell ein Essen versauen. Deswegen muss man jetzt so langsam wieder ein bisschen aufpassen und Obacht geben. Ja, die Gallenröhrlinge sind ja trickreiche kleine Pilzchen. Gerade so jung. Ja, so wie die hier. Also die sehen schon doch sehr ähnlich aus. Aber wir haben natürlich jetzt so das ganz typische Merkmal, dass wir eben bei den Gallenröhrlingen dieses dunkle Netz eben haben. Auf dem Stiel. Ja, das dunkle Netz auf hellem Grund. Und bei den Steinpilzen hier, bei diesen wunderschönen, da ist es genau andersrum. Da haben wir eben ein helles Netz auf dunklem Grund. Und da können wir die jetzt natürlich gut unterscheiden. Ja, im Zweifelsfall natürlich auch durch eine kleine Geschmacksprobe auf eigenes Risiko. Ja, da merkt man es dann auch relativ schnell. Da reicht schon so ein kleines Stück aus, dass man merkt, dass die wirklich sehr bitter sind hier. Wir haben natürlich viele andere Merkmale auch noch, die sich dann so im Laufe der Zeit auch zeigen. Dass wir beim Gallenröhrling haben wir rosa Spornpulver. Und dann verfärben sich natürlich hier auch diese Röhren dann so leicht rosa mit der Zeit. Aber noch ist da kein Verlass drauf. Also ja, hier sieht man noch nicht viel von rosa. Und dementsprechend ist dieses Netz auf dem Stiel jetzt auf jeden Fall eines der sichersten Merkmale. Aber wie gesagt, man muss sowas natürlich dann auch alles immer wieder sich in Erinnerung rufen. Ja, das geht uns auch manchmal so. Und wenn so die Hauptsaison der Pilze so wieder fast ein Jahr her ist, dann müssen wir uns dann auch erstmal wieder so ein bisschen besinnen. So, was sind eigentlich nochmal Pilze? Haben die einen Stiel, zwei Stiele, drei und so weiter? Also da muss man dann immer ein bisschen sich an alles erinnern und dann wird es auch wieder. Und dann kann man hier diese trojanischen Pilze, die einfach nur Bitterkeit in dem Mantel von einem Pilz sind, wieder getrost stehen lassen. Und dann das hier sammeln, die guten Steinpilze. Hier wieder auch was sehr Delikates, was wir hier gefunden haben. Hier haben wir ein paar schöne, flockenstilige Hexenröhrlinge gefunden. Hier ein paar ganz kleine noch, aber die waren einfach so verlockend, da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Und hier schon ein bisschen ausgewachsenes Exemplar. Ganz typisch rot eben flockig, nicht benetzt, sondern flockig. Dann mit diesen tollen roten Lamellen. Dann haben wir dieses rote Röhren natürlich, nicht Lamellen. Und dann diesen bräunlichen Hut, dann das gelbe Fleisch in was blau anläuft, wenn man ihn aufschneidet. Also ist echt ein dermaßen schöner Pilz, dieser Hexenröhrling. Weil er einfach so viele Farben in sich trägt und sich auch verändert mit den Farben her. Also echt was ganz ganz tolles. Und ja, der hat auch hier der größere, vor allen Dingen sehr angenehmen Duft. Fast ein bisschen nach Vanille. Also nur so eine ganz feine Note, aber es riecht wirklich so ein bisschen vanillig. Und ja, das ist immer eh was ganz empfehlenswertes bei allen möglichen Pilzen, die man sieht, immer auch schön die Nase einzusetzen, mal eine Duftprobe von zu nehmen. Denn Pilze haben so facettenreiche Duftrichtungen. Das ist wirklich immer ein tolles Erlebnis, was man da so alles erschnüffeln kann. Auch wenn es manchmal natürlich eher auch unangenehm sein kann. Aber es gibt eben auch so Momente, wo man wirklich ganz feine Noten erschnüffeln kann. Und ja, die haben wir jetzt hier auch gefunden. So bei Rotbuchen und Eichen und Kiefern war alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Also so eine bunte Mischung. Und ja, ein toller Pilz, der jetzt ja auch erst so richtig loslegt. Wir haben heute auch ganz viele Rotfußröhrlinge gefunden. Immer mal wieder so. Die haben wir jetzt gar nicht gezeigt. Großartig. Die sammeln wir meistens nicht, weil die eben sehr zum Goldschimmel neigen. Also die erst mal ab und an mal. Ja, ein paar, wenn sie noch ganz frisch sind. Aber tendenziell lassen wir die eher stehen, weil die oft halt schon von Goldschimmel auch dann befallen sind, wenn man es ja noch gar nicht sehen kann. Das ist bei denen halt so ein bisschen das Problem. Und da sind doch ziemlich krebserregende Substanzen im Goldschimmel drin. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Pilz, den man nicht zu oft sammeln sollte. Aber bei dem hier sieht die Welt natürlich anders aus. Ja, das ist ja was ganz Feines. Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen mal ein kleines Quiz mit euch. Und zwar wollen wir mal von euch wissen, was das hier ist. Nicht jetzt hier unser kleiner geflügelter Freund, sondern die Pflanze, wo er dran sitzt. Was könnte das für eine Pflanze sein? Vielleicht haben wir die schon mal vorgestellt in einem Video, vielleicht aber auch nicht. Und ihr könnt es ja einfach mal unter das Video schreiben, was ihr so denkt, was das sein könnte. Denn vielleicht hilft es ja auch so ganz gut, Pflanzen zu lernen auf diese Art und Weise. Also das war heute eine sehr schöne Tour. Und schöne Pilze gesehen, schöne Pflanzen, schöne Tiere. Und die Auflösung zum Quiz, die gibt es dann im nächsten Video. Und dann bis bald.